Lernen Sie heute den komplett digitalen Workflow für die Implantatsysteme von Ceramex kennen. Verbessern Sie dabei das Kundenerlebnis und erleichtern Sie Ihre Arbeit. Die Abformung erfolgt digital, mittels Intraoral-Scanner oder über eine klassische Abdrucknahme beim Patienten mit Meistermodell, welches dann anschließend gescannt wird. Modellieren Sie Ihre Krone bzw. das individuelle Abatment wie gewohnt in Ihrer FreeShape- oder ExoCut-Software und erstellen Sie so das neue Design. Und jetzt startet der digitale Workflow von Ceramex. Schicken Sie uns die digitalen Daten bequem als STL-File zu und behalten Sie den Überblick über den aktuellen Stand Ihrer Daten. Der Digital-Workflow von Ceramex bietet Ihnen neben der Herstellung von individualisierten Versorgung ein Service für die Aufbereitung Ihrer digitalen Daten oder auch für das Finishing der vorgefertigten rohen Versorgung. Wir bei Ceramex Digital Solutions produzieren die komplette Versorgung inklusive Ceramex-Implantatverbindung. Dies mittels individuellem Abatment oder als einteilige Monolithkrone ohne Fugen und Klebespalt. Es besteht auch die Möglichkeit, eine individuelle Krone für Cerabase oder andere Abatments direkt bei uns in Auftrag zu geben. Diese ist natürlich mit und ohne Schraubenloch erhältlich. Alle unserer individualisierten Zirkonkronen sind zudem auch gefärbt und glasiert lieferbar. Sie bekommen die nach Ihrer Wahl fixfertige, genau passende prothetische Versorgung zum Einsetzen zurück. Auf Wunsch erhalten Sie ein 3D-gedrucktes Modell mit dazu. Klingt das nicht einfach? Und das ist es auch. Erleichtern Sie Ihre Arbeitsprozesse und das Leben Ihres Patienten. Nutzen Sie jetzt den digitalen Workflow von Ceramex. Für Bestellung sowie technische Unterstützung und Beratung steht Ihnen unser Kompetenzzentrum Ceramex Digital Solutions gerne zur Verfügung. Weitere Informationen rund um den Service von Ceramex Digital Solutions finden Sie auf unserer Website www.ceramex.com Geramex Digital Solutions